Ja, weil ich gern mit Menschen arbeiten und ich habe noch keine Erfahrungen gehabt. Ich habe nur 40 Stunden geschnuppert und da hat mir voll gefallen dieser Job. Da habe ich mir gedacht, dass ich die Ausbildung machen will. Ich habe auch ein paar Freundinnen gehabt, die in dieser Ausbildung hier fertig geschlossen haben und die haben immer gute Vorteile gesagt. Deswegen bin ich auch hier gekommen. Dass ich den älteren Menschen helfen kann, weil ich weiß, wenn ich auch älter bin, will ich auch gern, dass mich jemand hilft. Ja, die sagen immer, ah, das ist ein zukünftiger Beruf und das ist gut, dass ich mich entschieden habe, diese Ausbildung zu machen. Ja, schon, 100 Prozent sicher. Bis zum nächsten Mal.